Wie weit ist Manne? Manne ist angespannt. Warum? Achso, ähm, Schatzi ist da. Du siehst sie gerade nur noch nicht. Sie ist da. So, er ist jetzt auch fertig. Videobestand ansehen. Ähm, Übergänge hinzugefügt. Können wir noch was machen? Da, hochladen, okay. So, Minus, achso, sie macht gerade Essen. So, er lädt jetzt noch hoch. Oh, wenn jetzt so schnell gehen würde, das wäre so schön. Ja, ich weiß, Minus. Ich weiß, komm mal hoch. Schatzi ist da. Es ist hier kein Licht an. Knutscht mal die Kleine ab. Ähm, einen Kuss hauchen? Ne, du sollst, äh... Ja, abschlabbern wollte ich jetzt gerade sagen, aber ich glaube, dass es nicht... Oh, ah, es wäre der Licht. Es wäre nicht das richtige Wort gewesen. Wo, äh, wo ist ein Brillierte hin? Ist sie gerade runter, ja? Ja. Kommen Sie ruhig hoch, junge Frau. Gib gleich Essen. So, gleich wird es ihm besser gehen. Mibs! Bantanabe! Abimoyaf! Du arbeitest zu viel! Haltes Müll! Ähm... Schön. Das wurde also aus dem Kurs. Ähm... Aber sie ist doch... Dir Müllmacht? Junge Frau. Du wirst nicht wohin mit deiner... mit deinen Kräften, oder? So, ähm... Zum ersten Rufen. Ja, jetzt hör auf zu meckern. Sie ist da, ist alles gut. Oh, Flina Bully. Ha! Oh! 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 Ja, man ist nicht gut drauf. Man sieht's. Hmm... Schatz, du bist inspiriert? Ach nee, selbstsicher. Wie ist es geworden? Ausgezeichnet. Oh, sehr schön. Ah, jetzt wird er sich auch wieder besser. Na siehste. Ist doch alles gut. Ja, Mel! Ah, Dirkoi! Z-Plum? Oh, Axie! Hier nicht. Ja, schön schön. Ähm... Wir sind gut am Futtern. Ähm... Achso, wie ist denn das, äh... Jobmäßig? Muss sie morgen arbeiten? Ja. Übermorgen hat sie frei. Zwei Tage hintereinander. Ich bin auch am überlegen... ... oder... ... oder... ... machen wir mal was ganz ausgeflipptes. Also ausgeflippte in Anführungszeichen. Ähm... ... wenn wir... ... also wenn Isabella sich für morgen Urlaub nimmt... ... und wir dann einfach morgen verreisen. ... für ein paar Tage. Für ein paar Tage. Ich glaube, ich halte das für eine ganz gute Idee. Okay. Er will schlafen gehen. Kann er machen? Ja. Tschüss, Brigitte. Danke, dass du dir alles dreckig gemacht hast. Du dumme Kuh. So. Ich mag sie irgendwie, aber sie ist... ... zickig irgendwie. Manchmal habe ich so das Gefühl. Na? Sie lässt nichts mehr fallen. Was ist los mit der Frau? So, aber du kannst... ... obwohl nein. Nein. Weißt du was? Jetzt noch nicht. Du kannst auch schlafen gehen. Ihr habt es euch verdient. So. Die beiden können erstmal... ... kann... ... die beiden können erstmal abknacken. Okay. Mann ist ausgeschlafen. Und muss... Ne, ist noch nicht ganz ausgeschlafen. Na, dann gehen wir schnell. Schnell vor allem. Schnell vor allem. Ja, jetzt sieht es wieder... ... halbwegs gut aus. Aber im letzten Mal, das war echt zu viel. Ich glaube, wir haben da echt ein bisschen übertrieben mit dem Training. Ja, wenn man so ein bisschen sieht, das ist schon ganz cool. Darauf arbeite ich auch wieder hin. Ja, ja. Ähm... Unwohl, weil... Achso, schmutzig. Er stinkt. Dampft ne Dusche nehmen. Schatzi schmutzig noch... ... in den letzten Morgenstunden hinein. Mh... Der Mann ist gut drauf. Das ist schön. Fühlt sich aber okay. Joa, gut. Ich würde sagen, dann kann er trotzdem noch mal... ... kurz mitschlafen, oder? Oder... Jetzt ist er rallig. Na toll. Ähm... Oder er... ... ähm... Programmieren. Er beginnt mal die freiberufliche Arbeit noch mal. ... bis Schatzi ausgeschlafen ist. Damit wir da auch ein bisschen was machen. War das jetzt die Aufgabe? Roboterarmee? Ähm... Naja. Findet da bestimmt raus. Hier haben wir jetzt... ... nichts mehr, oder? Hierbestand? Nein. Haben wir nichts mehr. Okay? Nein. Gut. So... Schatzi ist auch gleich ausgeschlafen. Das ist schön. Danach... ... fatt essen... ... oder duschen, essen... ... und Urlaub nehmen vor allem. Ich glaube das ist sogar das erste Urlaub nehmen... ... duschen, essen... ... und dann... ... äh... ... ja, schauen wir mal. Einmal essen ist noch drin. Wie sieht's bei dir aus mit Hunger? Oh, du könntest doch so langsam wieder was vertragen. Da draußen steckt der Müll vor sich hin. Da würde ich gar nicht hinklicken. So. Machen wir mal ein bisschen schneller. Oh, shit. Ah! 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 Da ist schon wieder nicht aufzuschlafen. Hm. Wo ist denn? Ah! 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 Schäm dich. Ab in die Ecke und schäm. Ja, das ist richtig. Okay, ähm, man hat programmiert oder findet heraus, warum die Roboterarmee so faul ist. Okay, und kommt ganz gut voran. Ah ja, Mensch, ähm, Schatz, wir müssen ja auch noch Urlaub nehmen. Das kann sie ja bestimmt hier machen, ne? Ne, zur Simstagram-Story fügen wir jetzt kein Bild hinzu. Das wäre jetzt nicht, also wäre wahrscheinlich gut für unseren, also für ihren Ruhm. Aber, ne, sollte sie jetzt nicht in der Wanne machen. Meine Güte. So, jetzt muss ich erstmal vor lauter quatschen. Urlaub nehmen. War das nicht Urlaub? Ach ja, Urlaubstag nehmen. So, da war es. Äh, hat sie jetzt die Bahnen unterbrochen? Ja. Rauch. Juhu, sie hat Urlaub. So. Ähm. Nein. Was habe ich mir damals dabei gedacht? Alter. Okay, ähm, war sie wirklich eine Frau? Ich weiß es gerade nicht. Ja, ach, schön. 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 Einfach nur schön. Äh, 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 so. Reste nehmen kannst du, sieh mal. Oh, scheiße. Toll. Puh, krieg dich ein. Gut. Ähm. Ähm, ja, ne, also er setzt sich hin und sie winkelt im Stehen. Das, ja. Ähm, Frau, weißt du was, setze ich doch am besten hin. Oder, oder so. Ja, das kannst du natürlich auch machen. Kannst du auch mit mir plaudern. Aber ich mache mir auch gleich eine Kleinigkeit zu essen. Oh, ja. Und Spaß brauche so langsam. Hm. Hm, 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 hm. Okay, cool, cool. Sehr cool. Ähm. Wäre das mal so einfach wär mit Geld verdienen und alles. Durch Reviews oder auch Let's Plays und so. Das wär schön. Das wär schön. Naja. Ähm. Wie weit? Er ist ja gleich fertig. Okay, wir sollten so langsam in den Urlaub starten. Quatsch mal, nicht so viel. Wende mal deine Arbeit, bitte. Du bist doch jetzt eigentlich fertig, oder nicht? Gut, Schatz, sie geht runter. Jetzt ist er fertig. Super. Gut, ähm. Du kannst denn jetzt, ähm. Ja, vor allem das Essen aussortieren, natürlich. Okay, Schatz, wie übt. Das ist schön, das kann sie gerne machen. Äh, sie muss sowieso wahrscheinlich vorab für die Arbeit. Nein, da, 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 da. Ähm. Genau, Instrument spielen. Muss sie ja sowieso machen. Okay, ähm. Dann kannst du auch gleich branchen. Arme Ritter, kannst du die mal machen. Angespannt. Achso, weil er Spaß braucht, ja. Können wir die hier einfach so starten? Okay, muss sie unterbrechen. Zum Spaß fiedeln danach. So. Ihren Bekanntheitsgrad steigern. Hm. Das hörte sich am Anfang gerade so ein bisschen an, wie, äh, wie der Fluch der Karibik. Irgendwie so. Irgend so ein Titel, weißt du. Das ist ein nicht-richtige-Titel-Lied, aber hat sich so ein bisschen angehört gerade. Wär auch cool. Okay, man ist was. Danach kannst du dir... Achso. Das sah hier gerade so aus, hier hinten. Weil man die Orchideen dann nicht gesehen hat. Als würde aus dem PC irgendwas rauswachsen. Ich wollte schon sagen, was ist denn jetzt los? Spiel spielen. Ähm. Anfänger-Tonier. Ja, warum nicht? Sims Go. Mhm. Sims Forever. Kann er danach mal machen. Mhm. So, und danach, ähm, ist wirklich Urlaub angesagt. Ah, das... Also, es geht schon auf 1. Ja, lass einfach stehen, natürlich. So, uh, 1746 Follower. Das ist cool. Da kam gerade ein Anruf. Doch, jetzt. Nee. Wir fahren gleich in den Urlaub. Das wird nichts. Ähm. Ist die Streamcam leer? Nee. Achso, nee, Quatsch. Das ist ja hier, wie lang der Stream geht. Ja, okay. Können wir die Drohne eigentlich mitnehmen? In den Urlaub? Könnte man eigentlich machen, ne? Könnte man auch aus dem Urlaub so ein bisschen streamen. Äh, hört sich cool an, was sie spielt. Mhm. Okay, das... Mal sehen, mal kurz gucken, ob es wird. Ist gut. So, ist es... Ja, ist was gekommen. Oh, Rechnungen bezahlen müssen wir haben. Muss ein paar. Ähm. Ja, Mann, er macht noch detonieren. Machen wir gleich. Oh, Jibs! Ja, jetzt Turnier brechen, dann ist, äh, vorbei, ne? Ja, dann haben wir die 20 Simoleons sowieso verloren. Beschleunigen wir mal das Ganze. Vor allem, wer es am Abend in den Urlaub ist jetzt auch real. Ah, sie hat gleich 2000 Follower. Ja! Sehr gut. Jetzt, ja, über 2000 Follower. Ey, cool. Sehr, sehr nice. So, mal schauen, wie viel Platz meine macht. Jetzt wird er schlafen gehen, toll. Ähm. Ja, gut. Kein Preis. Na gut. Ähm. Dann kannst du mal... Ja. Bist du erschöpft? Kannst du erstmal schlafen gehen? Ähm. So schön wie es schlafen auch ist, kannst du erstmal Rechnungen bezahlen. Und dann mal schauen, ähm... Ob es sonst noch was in dem Briefkasten ist. Ja, sie ist da. Alles gut. Ja, ich weiß. Newcomer. Uh. Sehr schön. Sehr schön. Und dann... Das Fräulein Isabellas Newcomer. Cool, cool, cool. Gut, Schatzü. Dann, ähm... Wenden wir mal den Stream und auch das Konzert. Dann kannst du die Drohne gerne mitnehmen. Ähm, Aufnahme? Nee, das Auge umbenennen. Im Inventar platzieren. So. Das Fräulein Newcomer. Dann kann es ja schon sein, dass wir auch, ähm... Dass wir... Ein paar Fans kriegen, ne? Wenn wir jetzt verreisen. Das ist cool. Ähm... Reisen. Urlaub nehmen. Hauksatum. Reisen. Was ist denn der Unterschied zwischen Urlaub nehmen? Ich meine, er hat doch Urlaub, oder? Urlaub nehmen. In Urlaub fahren. Mit Isabella, natürlich. Wollen wir noch welche mitnehmen? Wer wahrscheinlich ganz lustig war, aber... Naja. Warum eigentlich nicht, ne? Nehmen wir sie mal mit. Nehmen wir natürlich ihn noch mit. Und die Fräulein Bella. Sie macht mal Dreck. Komm, sie können wir auch. Komm, Dominik kann auch mit. Achso, geht nicht mehr. Okay. Komm, fahren wir mit allen in Urlaub. Und die Fräulein Bella. Ich will das auf jeden Fall. Ich will mal from the shop. Ich will den Hirn когда- Ich will das auf jeden Fall. Man kann sein, welches. Ich will erst mal die Hotelfachfrau an oder wem auch immer. Genau. Nehmen wir hier wieder hin. Was nehmen wir jetzt? 800, warte mal, wie viel sind wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Leute sind wir. Pro Person. Das muss ich pro Person alles... schon ein bisschen. Okay, wir haben sowieso nicht genug Schlafplätze. Also, naja, müssen wir vielleicht nochmal irgendwie anders machen, denn doch nur mit Isabella, das wird mir sonst ein bisschen zu teuer. Und wir hätten auch... Ja, ich weiß. Wir hätten auch keinen Schlafplatz für die anderen.